Ah, nachdem das jetzt nicht so wirklich gut geklappt hat, sollten wir erstmal ganz kurz Mürrem heilen und danach versuchen wir ein wenig Zeit tot zu schlagen, bis die Tavernen aufhaben. Mal wieder. Mürrem. 13 Lebenspunkte. Sehr schön. Was machen wir jetzt mit den Waffen? Du kannst bestimmt eine Waffe davon gebrauchen. Stichwaffen. So. Oh, so ein Dolch sieht aber besser aus als ein Messer. Nehmen wir den Dolch. Die könnten wir verkaufen oder spenden. Speer bekommt man Mürrem in die Hand. So. Und noch ein Dolch auf Vorrat, weil sie den Speer bestimmt wegwirft. So. Also ja, die vier könnten wir jetzt verkaufen oder spenden. Entweder im Gardehaus oder hier bei dem einen Magistrat. Wo war das? Hier. Da war der Magistrat. Was hatten wir noch für Gebäude? Händler Ugo Plotz. Das war der, der zu hohe Preise hatte. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem... Ah, Taverne Clon Ballas. Wie spät haben wir es? 13 Uhr. Ne, das wird nichts. Na gut. Dann gehen wir doch mal zum nächstgelegenen Waffenhändler. Und gucken, wie viele Silberstücke wir für die paar Dolche hier bekommen. Kräuterhändler. Waffenhändler. Da springen wir mal hin. Und gucken nach Westen. Genau, hier drauf. Direkt neben Anne Taverne. Auch sehr schön. So. Hallo. Wir würden gern was verkaufen. Und zwar... Die einzige, die was hat, ist Gwenlin. Oh. Hohoho. Eine Dukate pro Dolch? Das ist nicht schlecht. Falschen Gwenlin. Also müssten wir jetzt noch recht häufig irgendwelche Bettler verprügeln, bis wir genug Dukaten zusammen haben für bessere Ausrüstung. Aber es ist schon mal ein Anfang. So. Wir haben es 14 Uhr. Die Taverne macht auf um 16 Uhr. Das heißt, wir gelungen uns jetzt hier in die Ecke. Möglichst unauffällig. Stellen Wachen auf. Und versuchen nochmal 3-4 Stunden zu schlafen. Nicht 18. 4. Wir regenerieren etwas Energie. Das ist soweit gut. Und wir werden von keiner Patrouille aufgeschnappt. Sehr schön. Jetzt endlich rein da. Das waren wir schon seit Tagen. Der Orkentod. Wir würden gerne an die Theke. Essen kann dir leider keines anbieten. Aber einen verdünnten Wein will ich gerne servieren. Besser als nix. Schmeckt recht gut. Dann fragen wir doch mal den Wirt aus. Unterkunft. Unterkunft. Um die Ecke gibt es den kleinen Fürsten. Der ist ja bestimmt belegt. Von Egelbronn. Kennt er nicht, obwohl ich hier eigentlich in dem Stadtteil wohnen müsste. Wenn ihr euch ein paar anständige Waffen zulegen wollt, an der Eidaller Brücke gibt es eine Waffenhändlerin. Oder fragt den ollen Bromkopp an der Ostmauer. Ostermauer? Ob er eine... Ob er euch eine Laterne umdengelt. Oh, das ist wohl ein Grobschmied. Hm. Äh, Orks? Für jeden Orkenschädel, den ihr mir bringt, gibt es eine Runde Freibier. Ja. Sehr schön. Nix davon war wirklich hilfreich. Eigentlich wollte ich ja nach dem Bruder von dem einen Abenteuer fragen. Aber wir haben so wenig Informationen über den. Also ist auch schwer, ihn zu finden. Setzen wir uns doch einmal an einen besetzten Tisch. Und hoffen, dass die gesprächig sind. Ihr erinnert mich an ein paar Abenteuer, die vor kurzem mal hier waren. Hm. Okay. Unterkunft? Davon weiß er nix. Von Egelbronn? Weiß er nix. Lohwang. Wenn ihr etwas braucht, könntet ihr euch höchstens an Dragan wenden. Der hat so alle möglichen Beziehungen. Wie? Achso. Ja klar. In Alt-Lohwang. Direkt an der Stadtmauer. Oh. Dragan mit allen möglichen Beziehungen. Das könnte der Bruder sein von dem Abenteurer. Also in Alt-Lohwang. Ein anderer Stadtteil. Direkt an der Stadtmauer. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo Alt-Lohwang ist. Aber wir folgen einfach der Stadtmauer und gucken uns dann die Gebiete nach und nach mal an. Das war doch sehr hilfreich. Vielen Dank. Wenn ihr ein längeres Schwätzchen halten wollt, dann geht doch einfach zu Askrim Turbolts noch breiter. Ja. Den Spruch kennen wir schon. Wir verabschieden uns und gehen jetzt nach Alt-Lohwang. Stopp. Wir gehen wieder zurück in die Taverne. Mir ist gerade was eingefallen. Da. Nein, nein, nein. Wir wollten nicht in dem Privathaus tanzen. Wir wollten in der Taverne tanzen. Wir sitzen uns irgendwo hin. Nein, danke. Kein. Oh. Ich habe den Wein ausgeschlagen und seine Reaktion ist, seht zu, dass ihr Land gewinnt, ihr Präambutnasen. Schreit euch der Wirt an. Grönt und johlen springen einige der Gäste herum, um euch das Fliegen beizubringen. Oh, wir wurden soeben aus der Taverne geschmissen, weil wir keinen verdünnten Wein trinken wollten. Das ist doch sehr nett. Also, wir müssen jetzt nach Alt-Lohwang. Alt-Lohwang wird eigentlich der Kern der Stadt sein, der nach und nach von der Größe nicht gereicht hat. Und nein. Ein prall gefüllter Beutel. Also, wir haben bisher den Beutel aufheben wollen, den Mann bringen. Dazu waren wir aber anscheinend zu langsam, wurden trotzdem geschnappt. Wir sind einfach weitergegangen. Dann wurden wir auch geschnappt. Ne, wir haben zuerst reingeschaut. Hm. Also, die beiden haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ich probiere jetzt mal das oberste. Wir heben den Beutel ganz schnell auf und laufen zu dem Mann, der es fallen gelassen hat, bevor uns die Stadt wach erwischt. Ihr nehmt den Beutel und rennt dem Mann hinterher. Als ihr ihn eingeholt habt, leugnet er der Besitzer des Beutels zu sein, doch dann schnappt er ihn und eilt mit dem Beutel davon. Sehr gut. Wir wurden einmal nicht verhaftet. So. Hier ist der nächste Stadtteil. Der ist ziemlich groß. Also das hier ist Eidaler Brücke. Ich nehme an, dass das hier oben Eidal ist und dass da unten dann hoffentlich Alt-Lowang. Wo können wir das überprüfen? Wir könnten... Haus Eidal. Oh. Oh, der Eidal ist immer noch der Fluss. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also wenn es der Fluss ist, würde es Sinn machen, dass die Taverne direkt daneben ist. Wenn es der Stadtteil wäre, dann müsste das hier unten Eidal sein. Hier oben haben wir auch noch ein Stadtteil. Wir sagen uns den Namen da irgendwas. Das Weiße Haus, Zartempel, bunte Flucht. Nö. Aber gut, können wir da hinspringen? Nein, können wir nicht. Gut, dann springen wir da hin und gehen nach Osten und bezahlen unsere Maut. Osten. Wir wollen auch etwas spenden und zwar ein Heller. So, eine Herberge. Du hast bestimmt keinen Platz. Nö. Oh, aber wir könnten sie mal auspressen. Hallo? Sind wir hier in Alt-Lowang? Lowang. Wenn ihr Waffen braucht, fragt bei Dragan in Sveltscheid. Das ist schon wieder der Name Dragan, aber nicht nur sollen wir in Sveltscheid gucken. Der kann alles organisieren. Sich widersprechende Auskünfte sind immer toll, wenn man nach dem Weg fragt. Hast du noch was über Lowang? Oh, sehr gut. Lowang besteht eigentlich aus drei Städten. Im Norden gibt es die bunte Flucht. Eidal. Im Süden war früher ein Dorf. Alles, was auf der Insel liegt, gehört zur Altstädte von Lowang. Achso, also im Norden gibt es die bunte Flucht. Im Süden gibt es Eildal. Alles, was auf der Insel liegt, gehört zur Altstadt von Lowang. Unterkunft? Nein. Orcs? Und deutsche Städte. Ja, okay. Das wird uns reichen. Wir wollen jetzt ganz schnell auf die Karte gucken. Also im Süden ist Eildal. Da, das hier ist Eildal. Das hier oben bitte die bunte Flucht sein. Und alles auf der Insel ist die Altstadt. Ist das hier eine Insel? Sonst würde ich eigentlich eher sagen, dass das da eine Insel ist. Aber das wäre ganz schön klein für die Altstadt. Ja, gucken wir uns also hier erstmal weiter um. Verlassen. Und wir gehen hier mal links an der Mauer lang. Und halten nach Taverne Ausschau, um danach Dragan zu fragen. Oh, was ist das denn für ein Gebäude? Jetzt mal finden wir einen Brunnen. Aber wir haben... Oh, Gerogans Mut steigt um einen Punkt. Das ist ja interessant. Ja, wir haben gerade einen Bonus Mut bekommen, weil wir aus dem Brunnen getrunken haben. So, aber das Gebäude hier, was ist das? Halle der Macht. Eine Haaregestalt erscheint in der Tür. Ja, was ist? Wir suchen eine Unterkunft. Bei uns in der Akademie? Ihr müsst scherzen. Wenn das alles war, dann wollt ihr mich jetzt bitte entschuldigen. Prompt wird die Tür wieder geschlossen. Gab es nicht eine Last, dass man jedem Unterkunft gewähren muss? Das ist ja sehr sympathisch. Aber na gut, schauen wir uns weiter um. Hier ist es keine Taverne. Da ist eine Herberge. Da ist der Kräuterhändler wieder. Ein Heiler. No, was bist denn du? Die Ordensburg der Grauen Stäbe. Ihr müsst mehrmals klopfen, bevor sich darin etwas tut. In der Tür öffnet sich ein kleines, vergetrtes Guckloch. Ein älterer Mann mustert euch eine ganze Weile. Dann setzt er zur Begrüßung an. Was ist euer Begehr? Wir suchen eine Unterkunft. Da seid ihr hier in der falschen Adresse. Wir sind keine Herberge. Und uns stört mich länger. Ich habe zu tun. Noch bevor ihr etwas erwidern könnt, wird das Guckloch wieder geschlossen. Die sind mir auch lustig. Die sagen immer, wir sind keine Taverne. Und keine Herberge. Aber selbst Herberge und Tavernen nehmen uns nicht. Sonst würden wir nicht da fragen. Das sind echt alles voll Pfosten. Na gut, wir gucken uns weiter um. Ein einzeln stehendes Haus. Da klopfen wir nochmal an. Aber er will uns auch nicht reinlassen. Also von einer Insel sehe ich hier noch nicht wirklich viel. Aber dafür ist der Stadtteil auch riesig. Ha. Das könnte so eine Art Marktplatz sein. Noch ein Tempel. Ah, Wasser. Wasser ist schon mal gut. Und eine Taverne. Wasser und Wein. Wir stellen uns an die Theke. Und diesmal trinken wir auch gerne einen verdünnten Wein. Und der Mut sinkt wieder. So. Hallo. Kennst du einen gewissen Dragan? Ne. Wenn ihr einen Schriftkundigen sucht, müsst ihr euch an den Winsalter halten. Winsalter? Ich weiß nicht mal, wie der Alte wirklich heißt. Alle nennen ihn nur Alte Winsalter. Er wohnt am Svetje Grund. Gleich neben dem kleinen Park. Oh, da schreiben wir mal auf. Also Winsalter. Winsalter in Klammern Gelehrter. Svetje Grund. Svetje Grund. Neben Park. Neben Park. So. Wofür auch immer er ist. Irgendwann wird er wohl wichtig sein. Sonst würde es eine extra Gesprächsoption dafür geben. Reisen. Bevor ihr einfach so loszieht, solltet ihr euch nach dem Weg erkundigen. Wir wissen den Weg. Aber da sind leider Orks im Weg.